Angriff, Defense, Angriff, Defense. Eine Runde. Wenigstens vier Runden. Steht hier einen Ball nicht in der Defense. Oder macht einen Netzfehler vorne. Kommt eine komplette Runde oben drauf. Das heißt Vollgas. Danach ist Mittag, danach habt ihr Schluss für heute. Also wirklich vernünftig Power. Okay? Saubere Bälle hinten in Station zu bekommen. Saubere Bälle in Angriff. Wenn ich aus Versehen so rüberwerfe, kein Fehler bei euch. Das ist ja nett. Die Bälle, die die Abwehr, von und hier an der Seite sauber schieben sind. Nico, auf geht's. Alexander? 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 Dimitri? Alexander? Jawoll! Alexander? Jawoll! Jungs! 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 Jawoll! Jungs! Himmel! Jungs! 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 Ska! Jungs! Shy! Komm, zieh! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Zwei Möller noch! Zwei Möller noch! Zwei Möller noch! Zwei Möller noch! Jawoll! Sehr gut! Happy Birthday to you! 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 Jungs auf Feuer!